Friedrich Hebel, ein Mädchen. Ein Mädchen, das mit seinem Lohn nach Hause geht, einem begegnenden Schlechter sagt, dass sie sich durch einen Wald zu gehen, fürchtet, von diesem durch den Wald begleitet und erschlagen wird. Im Sterben sagt sie, die Sonne soll dich verraten. Der Schlechter, längst verheiratet, liegt einmal morgens in seinem Bett und lacht, als die Sonne ihm hell ins Gesicht scheint. Seine Frau fragt ihn, warum er lacht. Er sagt ihr zuletzt, die Sonne soll mich noch verraten und erzählt den Mord. Die Frau zeigt den Mord an und er wird hingerichtet.